Ja, du kommst jetzt hier rein. Ah, das ist der Gesandete, der hier hat dieses Arschloch. Super. Der Gesandete ist nervig. Warum kann ich jetzt hier nicht rein? Das Gesandete, der Arschloch tut oben, das nervt mich richtig. Komm her, das ist ein normaler. Ich könnte natürlich jetzt erstmal meinen Hund heilen. So, Alistar, könnte man auch heilen. Und wir könnten mal speichern. Ah, geht während dem Kampf nie. Das ist natürlich blöd. So, wir werden jetzt versuchen, diesen Markier zu besiegen hier. Ich hasse diese Gesandtenidioden. Die sind nervig. So. Bis jetzt sind das drei. Sprich, du wirst mit Blitz-Zauber arbeiten. Ich versuche alle drei auf diesen... Wo ist der? Ist das der? Nee. Das ist natürlich nervig, wenn ich jetzt hier... Den Markier nervig. Und alles. Und irgendeiner stirbt jetzt hier. Das wäre dumm. Ich seh den immer noch nicht. Wo ist denn der hin? Ah, hier. Hundi auf den. Alistar. Auf den. Und du auf den. So, und mein Markier Mensch. Wo ist mein Markier Mensch hier unten. Auf den. Oh, mit Blitz. Beziehungsweise, was kann man denn? Na, machen wir das. Ah, ich hasse diesen Gesandtenwichser, ey. Ah, diesmal scheint auch schneller zu gehen hier. So, der ist tot. Mein Hund ist zwar auch fast tot, aber... Naja. Ja, wenn man das ein bisschen mit Magie spielt, dann ist das natürlich besser machbar. Ich finde es geil, dass der Hund in den Rüsch umhaut hier. Ja, so geht das. Ah, das war cool. Gefällt mir. Ich kenne es auch cool, wenn es mal ein bisschen strategisch ist. Ich habe natürlich nur am Anfang wieder versucht, das Spiel so zu spielen, als wenn es Diablo wäre. Klappt natürlich auch nicht immer. Wenn wir jetzt noch irgendwelche Monster hier liegen. Nee. Aber naja. Aber ziemlich cool. Was ist jetzt eigentlich dieses Arschloch hier? Hm. Na ja. Haben wir wahrscheinlich schon wieder alles mitgenommen, was es gibt, hier. So. Alle wieder geheilt. Kann man mit einem Hund eigentlich sprechen, hier? Also kann man mit Alistair sprechen. Oh, da kann man reden. Nee, geht ohne. Ja, mit dem Hund reden, das kannst du machen, ja. So, hier gucken wir mal, was es hier noch so schönes gibt. Außer brennende Barrieren überall. So, hier ist ein Raum. Hm. Kann man wahrscheinlich öffnen. Ah, hier sind wieder Trottel dahinter. Das ist wieder nur typisch, eh. So, wie machen wir das? Der auf den, du auf den, Magier auf den dahinter, Blitzzauber. Und Alistair auch dahinter, so. Das dürfte eigentlich nicht so schwer werden, zwei Fliecher und ein Bogenschütze steht da hinten noch irgendwo. Gut, geht jetzt nicht. Man kann jederzeit passieren, wenn man will. Ich glaube, die sterben gleich. Lass es einfach mal machen, hör. Ah, da hinten kommen auch noch welche. Hm. Hund, hier rüber. So. Dieses Mann mag hier schon, oder fast Tote, eh. Das Rindvieh steht aber auch völlig im Weg hier. Sorry. Hier, beschützen. Du auch, beschützen. Na, zu spät. Na ja. Wo kommt die alle her? Macht das alles toll, das Viehzeug hier. Ich weiß nicht, woher. Wo die alle rumrennen hier? Drei Gegner, drei Monster. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob das rundenbasiert ist, hier. Oder ob das einfach nur. Ah, die alte ist auch schon gleich Tote, hier. Ah, das Dorf mittlerweile gar nicht mehr so schwach. Ah, super. Ah, das Vieh ist schon ganz schön stark, sehe ich. Gen-Log und Hor-Log. Hallo, das macht die Tote jetzt hier. Oh, mein Gott. Das sieht schon wieder ganz schlecht aus, hier. Das sieht nicht gut aus. Oh, nein. Da habe ich keine große Hoffnung mehr, hier. Den Eing kriegt der vielleicht noch Tote, hier. Nee. Feierabend. Super. Oh, das ist auch die blöden Idioten in dem Turm nochmal besiegen, oder? Oh, nee. So was tut mir weh, dann. So was tut echt weh. Ja. Ich werde die besiegen, gleich bin ich über da. So, ich habe die Leute jetzt ja alle rausgelockt aus der Budi hier, oder so, jetzt waren jetzt vier oder fünf Leute. Fünfe, um genau zu sein. Keine Sau hat er was fallen lassen, das ist schon mal äußerst schweinerei hier. Oh, die Gegenstände sind jetzt zufalls generiert, habe ich festgestellt. Also, jetzt wo ich die hier vorne besiegt habe, haben andere Sachen fallen gelassen wie vorhin. So, ich werde jetzt erst mal abspeichern hier. Ich muss echt lernen hier abzuspeichern, weil... Der lässt den Knoten, der will es wieder vom Vorband fangen, wenn hier kein Savepoint kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier hinten noch mehr Gegner waren. Und meine alte Haltübe ist langsam, das nervt ein Mittel. Auf jeden Fall sind hier mehr über Drunen. Na komm. So, das war so typisch. Ja, Vorlock. Hier lassen wir einfach mal Blitzzauber wirken, die sind richtig gut, die Blitzzauber. Also, das mag hier. Oh, das ist bloß ein Hetzel, nur zum Glück. Der wird relativ schnell tot. Der Hund ist übrigens relativ nützlich, wenn man hier... Ähm... Oh... Das ist nervig. Wieso passt hier? Kann ich denn hier nicht mal... Nicht mal die Truhe öffnen, oder was? Sorry. Kann der sie öffnen? Nein. Der... Nein. Niemand. Der Hund kann sich bestimmt ohne die Öffnen. Okay. Egal. Oh, der Gegner hat was fallen lassen. Oh, der Ansegegegner hat was fallen lassen. Und Heilung. Oh, das ist schön. Ich bin diesmal übrigens ohne Heiltränke zu verbrauchen durchgekommen. Aber selbstverständlich. Nicht schlecht, finde ich. So. Ich glaube, der ganze Raum hier war voll. Oh, sorry. Oh, und jetzt. Ich dachte, die waren alle toll jetzt mittlerweile. Ich gehöte.